Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Schule und Bildung. Unser Schulsystem hat viele Vorteile, ist aber auch an vielerlei Stelle verbesserungswürdig. Unser Land hat aber nur die Ressource Wissen. Deshalb muss das Schul- und Bildungssystem dieses auch begünstigen. Beginnen wir mit der Einschulung. Ein Kind in eine Grundschule einzuschulen, welches keine ausreichenden Deutschkenntnisse mitbringt, verhindert einen effektiven Unterricht und schadet auch allen anderen Schülern. Das Problem ist fast ausschließlich bei Kindern mit Migrationshintergrund vorzufinden. Es bedarf demnach ein Test vor der Einschulung, ob die Deutschkenntnisse ausreichend sind, dem Unterricht zu folgen. Nach der Grundschule sollten Lehrer mit den Eltern gemeinsam die Eignung für eine weiterführende Schule treffen, entsprechend der Fähigkeiten des Schülers. Dafür bedarf es ein gegliedertes Schulsystem, welches jeden Schüler entsprechend seiner Fähigkeiten und Neigungen auf geeignete Schulformen verteilt. Um die Chancen für jeden Schüler zu erhöhen und eine gereifte Entscheidung zu treffen, würde ich eine Verlängerung der Grundschule bis zum sechsten Schuljahr bevorzugen. In der weiterführenden Schule, aufgeteilt auf leistungsbezogene Gliederungen, geht es dann ab dem siebten Schuljahr weiter, je nachdem, welche Schulform für den Schüler die geeignete ist, bis zur zehnten beziehungsweise bis zur dreizehnten Klasse. Um dem Leistungsstandard gerecht zu werden und jedes Schuljahr auf das vorherige aufbauen kann, muss es immer möglich sein, eine Klasse zu wiederholen, wenn das Klassenziel nicht erreicht wurde. Bei einem Mangelhaft, einer 5, in einem der Hauptfächer oder insgesamt zwei Fünfen auf einem Zeugnis, kann man ein Schuljahrsziel als nicht erfüllt ansehen, ebenso bei einer ungenügenden Leistung, also einer 6. Die weiterführende Schule sollte jedoch neben allgemeinbildenden Inhalten auch neigungsbezogene Unterrichtsselektionen ermöglichen. Wenn Hauptfächer auch immer Pflichtfächer bleiben müssen, so kann eine Wahl von für den Berufswunsch des Schülers wichtigen Fächern eine gezielte Unterrichtung, die Bildungseffizienz steigern. Ab dem siebten Schuljahr sind dann jährlich dreiwöchige Betriebspraktika zu ermöglichen. Bei dem Test für die Einschulung in die Grundschule muss auch ermittelt werden, ob ein Schüler aufgrund psychischer, geistiger, körperlicher oder kognitiver Fähigkeiten in der Lage ist, einen regulären Schulunterricht zu folgen. Dafür ist der Erhalt von Sonder- und Förderschulen erforderlich, gegebenenfalls der Ausbau, um alle Schulabschlüsse von Sekundarstufe 1 Typ A über die mittlere Reife bis zum Abitur zu ermöglichen. Auch für Lerngeschädigte. Die Inklusion von Lerngeschädigten oder Schwerkörper- oder geistig behinderten Menschen in reguläre Schulen ist oftmals nicht möglich, ohne den Unterricht auszubremsen und alle Schüler einer betroffenen Klasse zu benachteiligen. Ein Wechsel von Förder- und Sonderschulen in die reguläre Schule ist in den ersten vier Jahren der Grundschule jährlich durch das Lehrpersonal zusammen mit den Eltern zu prüfen. Digitalisierung ist in Zukunft auch in Schulen ein wichtiger Bestandteil. Der Ausbau digitaler Möglichkeiten sollte unbedingt vorangetrieben werden. Dafür sollte im Rahmen der digitalen Kompetenz auch die Fähigkeit des autodidaktischen Lernens unterrichtet werden. Dabei ist aber wichtig, dass digitale Kompetenz nicht zu einer digitalen Abhängigkeit führt. In der Mathematik zum Beispiel ist beim Umgang mit Zahlen unter 10 Stellen auf elektronische Hilfsmittel wie dem Taschenrechner zu verzichten und das manuelle Lernen mit Stift und Papier zu bevorzugen. Zudem bedarf es Gedächtnistraining durch Kopfrechnen und Buchstabierinhalten. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.